Wir kommen nun auf Smirnoff, ein Hannoveraner, Hengst, Sir Donnerhall, mal Florenzio, einst das mit die Greh gezogen von Egert Grönewold, im Besitz des Hofes Rosenthal und der Zuchtgemeinschaft Salman und Schmitz, für den Reiterfeindgraf von Schmetow begrüßen wir im Sattel Manuel Bammel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.